AM Tischler in Ostrach bietet seit über 13 Jahren eine breit gefächerte Palette an Dienstleistungen und Produkten an. Das Portfolio umfasst Küchen-, Möbelbau, Ladenbau, Saunalandschaften, Wand- und Deckenverkleidungen, Haustüren, Fenster, Beschattungen und, neu im Programm, mobile Häuser. Eine umfassende Beratung und individuelle Lösungen stehen dabei im Fokus. Wichtig ist AM Tischler nicht nur die optische Gestaltung, sondern insbesondere die Qualität, Langlebigkeit und Stabilität. Grundlage des Erfolgs sind die 17 hochmotivierten Mitarbeiter sowie ein erstklassiger Maschinenpark mit einem CNC-Bearbeitungszentrum. Die hausinterne CAD-Planungsabteilung rundet den Service ab und macht es möglich, Kundenwünsche zeitnah zu realisieren. Um der stetig wachsenden Auftragslage gerecht zu werden, bildet das Unternehmen seit vielen Jahren Lehrlinge mit gutem Erfolg aus. Zum Dienstleistungsangebot gehört selbstverständlich auch die fachgerechte Montage vor Ort. AM Tischler – kreativ, exakt, vielseitig.